Und wir schauen hier, hier gekonnt durch das Hindernis zirkeln, ohne anzuschlagen. Und da habe ich ihn natürlich auch zu erwähnen, ohne einen guten Beifahrer. Gerade bei den Zweistellenkommens, das ist mittlerweile so schnell. Und dann haben wir jetzt hier 57,59 Sekunden. Fünf Sekunden, zwei Sekunden, drei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden. In Obstiegum 6, 47 Sekunden, 5, 9 Sekunden, Platz 4, In Obstiegum 6, so far. Und es geht weiter mit Manuja Buchwald aus der Schweiz.